Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Die Stimme! Hallo, super! Eigentlich kommen wir rein! Alltet mich! 2-3, Eivind! 111. 8! Hartfurt! Bench! 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 Schau mal! Let's nicht bleiben! Eivind! Was hab ich gerade gesagt? He-Hack! Karte Baudi! He-Hack! 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 Auf Karte 3 gewinnt den Kampf die Hauptmann Roth, Felix, Rache, den Arno Robbett an. Zur Karte 3, Kampf Nr. 10, Louis Schürer, Eichelfranks Lugau und Benjamin Nebhardt, ESV Wittenberg. Untertitelung des ZDF, 2020